Tag Leute und damit herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Timolianischen Spiele von, äh, ja, auf timolia.de Ich bin's, der Quantum Plays, äh, ja, ich bin's, der Quantum mit der Musik von KS, der Beats Im Hintergrund diesmal nicht, sondern, äh, von DJ Rock Ja, hat sich mal was verändert Und, ja, es fängt sofort an Naja, dann, äh, werden wir mal sehen, wie es sich läuft Und wir werden hochgeschossen sofort in die, äh, in irgendeiner Richtung Ist ja egal in welcher Und sofort auf der Suche nach Beacons Da ist auch einer Und was kriegen wir? Ah, Gold, sehr schön Dann kann man's Rüstung oder, äh, goldene Äpfel machen Ah, Essen Und noch mehr Gold Ah, perfekt Äh, Holz bräuchten wir Holz, Holz, Holz Äh, und? Ah, Eisen Brauchen wir mal noch Holz Schutzzeit endet sofort Aber es ist auch keiner in meiner, in meiner Nähe Aber sowas hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen Einfach mal ne fliegende Insel Auf ner normal generierten Map Hm, das war noch so schön wie früher Mit den ganzen Bergbiomen, wo ständig überall fliegende Inseln zum Teil waren Besser mit den, äh, Generationen, äh, naja, was heißt Generationen Mit der Welt-Generation Über die verschiedenen Updates hat sich das ja immer wieder verändert Und, ja, da ist das dann irgendwann ein bisschen weggepatcht worden Mit den, naja, falschen Generierungsgedöns Aha Haben wir jetzt eigentlich... Oh, und Tranken dran Ah, da ist Holz Perfekt, perfekt Und Essen Noch besser Und viele Pfeile Noch besser Also, es sieht sehr schön aus Gerade hab ich, äh Ha, ja Da, da vorne Hab ihn gesehen Schön wieder weg Ich hab den Namen gesehen Ich würd mich ja jetzt gerne, äh, ausrüsten Aber nicht, wenn der hinter mir ist Das wär irgendwie scheiße Soll ich's wagen? Ah, der wird mich bestimmt verfolgen Deswegen hat er sich ja... Ja, ja Er verfolgt mich Okay Das sieht nicht gut aus Ich kann's jetzt nicht riskieren, mir ne Waffe zu machen Weil in der Zeit hat er mich sofort eingeholt Und Naja Ich könnte... Hab ich? Ja, hab ich Ist er immer noch hinter mir? Ja, ist er Ich hochbauen Sodass er nicht hinkommt Und er hat garantiert keinen Bogen Wichtig geil So, ich würd sagen Wir rüsten uns einfach mal Ganz chillig Aus Äh Ja Äh, ja Junge, das nützt dir jetzt wahrscheinlich Gerade nicht so viel Ach, naja So, warte Wir machen uns mal ein bisschen Rüstung Warte, dann achte bitte. Noch mehr Rüstung. So warte, und jetzt kommen wir mal. Hahaha! Sehr geil! Wie dämlich muss man sein! Hahaha! Ah, schön. Ja, sowas hatte ich auch noch nicht gehabt... Ernsthaft, ey! Tja, das war sein Fehler, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz einfach sein Fehler. Holz, Diamant, golden Apfel, oh, golden Apfel. So, warte, dann sortieren wir uns mal hier so ein kleines bisschen... Oh, ist ein Bogen, ein Bogen. Och, noch ein String. Alter, geil. Sehr schön. Na, hört mal, ein Schweinchen nebenbei. So, ich hätte ja gerne... Ach, ich habe Äpfel. Na ja, dann. Damit ich ein bisschen verschwenderischer mit meinen goldenen Äpfeln umgehen kann, ich brauche mir einfach mehrere. Ich denke mal, mehr goldene Äpfel ist sogar sinnvoller als Rüstung. Oder? Ja. Bestimmt. Und ansonsten...? Kann ich sonst noch was machen? Nein. Äh? Ach, nöhh. oh scheiße okay das war gut gg das war einfach nur angriff von hinten ja habe ich halt nicht bemerkt ist naja wie hätte ich auch bemerken sollen hat er verdient ich meine war jetzt nicht so ein faires war einfach nur ein angriff von hinten ja gut egal dann hat er jetzt meine sachen nicht so schlimm trotzdem ich finde die runde ist es trotzdem wert hochzuladen erstens weiß sowieso fast jeder nehme und zweitens seit wegen dem typ der uns gleich verfolgt hat ja ganz ehrlich wer die aktion richtig geil fand ich bin gerade ein bisschen zu wer die aktion zu geil fand auch so wie ich der kann gern meinen like geben und ja dann würde ich sagen was das mit der folge und schau leute